Die UEFA Conference League ist einer der neuesten Projekte der UEFA und ist neben der UEFA Champions League und der UEFA Europa League der drittwichtigste internationale Wettbewerb Europas. Am Donnerstag ging die neuartige Conference League in die zweite Saison und neben Vereine wie West Ham United, FC Villarreal, AC Florenz und der RSC Anderlecht sind da wieder einige sehr wilde Vereine dabei, dessen Namen man zuvor noch nie gehört hat. In diesem Video zeige ich euch 5 unbekannte Fußballvereine, die 2022-2023 an der UEFA Europa Conference League teilnehmen werden. Nummer 5, 1. FC Slovatsko. Der 1. FC Slovatsko ist ein tschechischer Fußballverein aus der Stadt Uherske Raditschtyr, dem Zentrum der märischen Slowakei, auch Slovatsko genannt, wo er auch der Klubname stammt. Gegründet wurde der Verein im Juli 2000, als er sich mit zwei anderen Vereinen aus der Region fusionierte. Bis auf die Saison 2008 und 2009 spielt Slovatsko durchgehend in der 1. tschechischen Liga und gehört dort zu den typischen Mittelfeldklubs. In der Saison 2020, 2021 und 2021, 2022 holte Slovatsko mit Platz 4 die bisher beste Ligaplatzierung der Klubgeschichte. Nach einem 3 zu 1 Sieg gegen Sparta Prag gewann der 1. FC Slovatsko erstmals den tschechischen Fußballpokal. Der Verein durfte an der 3. Qualifikationsrunde in UEFA Europa League teilnehmen, scheitert aber dort an Fenerbahce Istanbul. Als Verlierer der Europa League Quali-Runden wurde Slovatsko zur Conference League Qualifikation weitergeleitet und bezwang dort in den Playoffs den schwedischen Klub Eika Solna mit 4 zu 0. Durch diesen Sieg qualifizierte sich der 1. FC Slovatsko erstmals für das internationale Geschäft und muss dort gegen Vereine wie FK Partizan Belgrad, 1. FC Köln und OGC Nizza ran, wo die Tschechen nur Außenseiterchancen haben werden. Nummer 4 FK Zalgiris Vilnius Zalgiris Vilnius wurde am 3. Januar 1947 gegründet, als Litauen noch zur Sowjetunion gehörte. Der Verein verbrachte insgesamt 11 Spielzeiten in der höchsten sowjetischen Liga und war damit der erfolgreichste Verein aus der litauischen Unionsrepublik der UDSSR. Seit 1990 gibt es die litauische 1. Liga, wo Zalgiris mit insgesamt 9 litauischen Meisterschaften Rekordsieger Litauens ist. Sonst gewann der Verein noch insgesamt 14 Mal den litauischen Pokal und 7 Mal den litauischen Superpokal. Seit dem Wiederaufstieg im Jahre 2009 war Zalgiris Ligaplatzierung niemals schlechter als Platz 3. Für das internationale Geschäft konnte sich der Klub nur selten qualifizieren. 1998-90 überstand der Klub zwei UEFA Cup Runden und in der UEFA Champs League 1992-93 flog man in der ersten Runde gegen Paceway Eindhoven raus. Danach konnte man sich nur kurz beim Inter Toto Cup, Europapokal der Pokalsieger oder in sämtlichen Qualifikationsrunden beteiligen, aber international so richtig dabei war der Klub nie so wirklich. 2013-14 schaffte man es bis in die Europa League Playoffs zu kommen, aber schaltete dort an Red Bull Salzburg mit 0 zu 2 und 0 zu 5. 2021-2022 schaffte man es wieder ziemlich weit, flog in der UEFA Champs League Quali in der zweiten Qualifikationsrunde raus, wurde weitergeleitet in der dritten Runde der UEFA Europa League, schaltete da nochmal und kam in UEFA Conference League Quali, aber schaltete dort in den Playoffs knapp mit 2 zu 3 am Bodo Glimp. Der Traum von Europa rückt immer näher. 2020-2023 spielte der Verein nach ihrer litauischen Meisterschaft wieder in der Champs League Qualifikation. Man schaltete dort erst in der dritten Quali-Runde lustigerweise an Bodo Glimp 1 zu 6 und man kam seit 2013-14 wieder in den Europa League Playoffs. Dort schaltete der litauische Rekordmeister knapp mit 3 zu 4 an Ludogorets Rastgrad und man kam wieder nicht in die Euro League. Glücklicherweise sind Vereine, die in den Europa League Playoffs gescheitert sind, für die Gruppenphase UEFA Conference League qualifiziert, was für Zalgiris internationalen Fußball bedeutet. In der Gruppe H der UEFA Europa Conference League bekam der Verein den FC Basel, Slovan Bratislava und Punic Erevan als Gegner. Apropos Gruppe H. Nummer 3. FC Punic Erevan Der FC Punic Erevan oder nur als Punic übersetzt Phoenix bekannt, ist ein professioneller Sportverein aus der armenischen Hauptstadt Erevan. Bekannt ist der Verein durch seine starke Fußabteilung, die seit ihrer Gründung 1992 immer in der armenischen 1. Liga aktiv war und mit 32 gewonnenen armenischen Titeln die erfolgreichste Mannschaft Armeniens ist. Ende der 2010er Jahren schwanken die Leistungen Erevan in der Liga und sie belegten selten mal die obersten Plätze. In der Saison 2019-20 war der Verein sogar mit 23 Punkten auf Platz 7 sogar akut abstiegsgefährdet und konnte sich erst in der Abstiegsrunde auf Platz 9 noch retten. Auch die darauffolgende Saison 2021 war ziemlich wackelig und man verhinderte wieder auf Platz 7 knapp den Abstieg. Zwischen 2021-2022 spielte Punic seit langem wieder eine hervorragende Saison und man wurde mit 75 Punkten wieder armenischer Meister. Weiter der Folge verhalte man in der Qualifikation für das internationale Geschäft. Dort gelang man bis in die Europa League Playoffs und nachdem man dort an Sheriff Tiraspol verlor, durfte man sich erstmal zu UEFA Conference League qualifizieren, wo man in der Gruppe H den FK Salgiris Vilnius, Slovan Bratislava und den FC Basel als Gegner bekam. Nummer 2 FK RFS Der FK RFS, auch als RIGAS FS bekannt, ist ein lettischer Hauptstadtklub aus Riga. Der Verein wurde 1962 ursprünglich gegründet und 2011 neu gegründet. Obwohl RIGAS FS 2015 als zweiten lettischen Liga nur Dritter wurde, wurde der Verein in der Wirsliga hochgezogen, als Lettlands Rekordmeister Skonto Riga keine Lizenz für die erste Liga erhalten hatte. Riga etablierte sich dort zu einer richtig guten Mannschaft, wurde zweimal hintereinander Vizemeister und wurde 2019 erstmals lettischer Pokalsieger. Zwischen 2021 holte der Verein sogar erstmals das Double, wurde sowohl lettischer Pokalsieger als auch erstmals lettischer Meister. Als lettischer Meister ist RIGAS natürlich für die Champions League Qualifikation teilnahmeberechtigt, aber schalte in der ersten Quali-Runde an HJK Helsinki im Elfmeterschießen. RIGAS FS wurde dann in die Qualifikation zur EVA Conference League weitergeleitet, wo man es bis in die Playoffs schaffte. Dort traf man auf den nordirischen Traditionsverein Linfield FC, die man 4 zu 2 im Elfmeterschießen bezwang und in die Conference League Gruppenphase einzog. RIGAS FS ist somit nach FK Wenzblitz Europa League 2019 der zweite lettische Klub, der sich für die Gruppenphase eines europäischen internationalen Wettbewerbs qualifizieren konnte. In der Gruppenphase trifft RIGAS in der Gruppe A Vereine wie Istanbul Basakşi, Heart of Middleton und der AC Florenz. Obwohl RIGAS FS der eindeutige Außenseiter in dieser Gruppe ist, holte man gegen den AC Florenz immerhin einen Unanschieden. Bevor wir zum letzten Verein auf unserer Liste kommen, zeige ich euch die Vereine, die man auch hätte erwähnen können. FK Nipro 1, ukrainische Erstligist, wurde 2017 gegründet und gilt als inoffizielle Nachfolger des FK Nipro, die es 2014-15 bis ins Europa League Finale schafften und paar Jahre später in die Versenkung verschwanden und 2019 endgültig aufgelöst wurden. Die Shamrock Rovers, ein irischer Fusserverein, der mit 3,10 Millionen Euro den niedrigsten Marktwert von allen 32 Conference League Teilnehmer hat. Der Verein wurde insgesamt 19 mal irischer Meister, 25 mal irischer Pokalsieger und spielte 2011-12 in der Gruppenphase UEFA Europa League und wurde dort letzter mit 0 Punkten. Silkeburg IF kommt aus Dänemark und gewann 1996 den UEFA Intertodo Cup. Dürr Gardens IF, 12 maliger schwedischer Meister und 5 maliger schwedischer Pokalsieger, nahm zuletzt 2002-03 an einem Europapokal teil. Und zu guter Letzt der FC Vaduz, denen ich aber ein eigenes Video gewidmet habe. Nummer 1, KF Balkani. Der KF Balkani, auch FC Balkani genannt, ist ein 1947 gegründeter Fußballverein aus dem Kosovo. Zu Beginn hieß der Verein KF Riniya zu Harika und wurde 1965 in KF Balkani umbenannt. Der Verein spielte zu Beginn in den untersten Ligen des Kosovos und konnte erst 1977 erstmals in die 1. Liga aufsteigen. Dort verblieb der Verein eine Weile, aber musste im Jahr 2000 den Gang in die 2. Liga hinnehmen und ein Jahrzehnt später sogar in die 3. Liga. Erst ein paar Jahre nach der vollwertigen UEFA-Mitgliedschaft des Kosovos konnte der Verein 2017-18 in die 1. Liga zurückkehren. Der Verein entwickelte sich dort zu den absoluten Top-Teams und erreichte 2020 sogar das Finale des kosovarischen Fußballpokals, aber schaltete dort an den FC Pristina mit 1 zu 0. In der Saison 2021-2022 holte der FC Balkani erstmals die kosovarische Fußballmeisterschaft und darf deshalb an der Quali zur Champions League teilnehmen. Die 1. Quali-Runde verlor man gegen Zalgiris 1 zu 2 und man wurde in die UEFA-Convency-Qualifikation weitergeleitet. In der 2. Convency-Quali-Runde bezwang man SP La Fiorita aus San Marino mit 10 zu 0 und in der 3. Quali-Runde den KI Klacksweg von den Faroe-Inseln mit 4 zu 3,5 Meter schießen. Für den Verein ging es weiter in den alles entscheidenden Playoffs, wo man den KF Schcupi aus Nordmazedonien mit 3 zu 1 bezwang und in die Gruppenphase UEFA-Convency-League einzog. Damit ist der FC Balkani der allererste Fußballverein aus den Kosovo, der sich jemals für das internationale Geschäft qualifizieren konnte. Ich persönlich kannte den Verein vorher noch nicht und ich dachte, wenn sich mal ein Verein aus den Kosovo für das europäische Geschäft qualifizieren sollte, dann wäre es der KF Drita, KF Jeroni Kelly oder der KF Pristina, aber am Ende war es doch der FC Balkani. So kann es laufen. In der UEFA-Convency-League wurde der Verein in der Gruppe G zugelost, zusammen mit Sivaspor, Slavia Prag und CFR Klutsch. Gegen letzterer holte man sogar ein 1 zu 1 Unentschieden raus. Bin mal gespannt, wie der Klub sich schlägt. Das waren die 5 Klubs. Welchen von den 5 kanntet ihr zuvor noch nicht? Schreibt eure Meinung, gerne in die Kommentare. Ich habe bis auf den FC Balkani von allen zumindest schon mal was gehört, aber trotzdem interessant, sich nochmal näher mit diesem Verein auseinanderzusetzen. Ich persönlich bin ein Befürworter der UEFA-Convency-League und jeder der sagt, dass dieser uninteressant und deshalb auch unnötig sei, der hat die Idee hinter diesem Wettbewerb nicht verstanden. In der Endcard findet ihr das Video zum FC Vaduz und das letzte europäische Nationalmannschaften-Ranken. Liken, abonnieren, nicht vergessen. Das war's in dem Video und ciao. Das war's in dem Video.